Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 12. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1181. Heute mit drei kleinen und sehr dünnen Nachrichten. Mehr habe ich nicht gefunden. YouTube, Apple TV Plus und Spotify. Zum einen, YouTube hat beendet und zwar die Bild-in-Bild-Test-Serie oder Testphase. So wie es ausschaut oder besser gesagt, nicht wie es ausschaut, sondern seit einem Weilchen schon ist YouTube an der Bild-in-Bild-Funktion am Testen. Das ist, wenn man ein Video schaut, zum Beispiel mit Apple TV Plus oder mit Netflix oder was auch immer und dann aus der App rausgeht, dann geht in einem kleinen Screen, geht das Ganze weiter. Das funktioniert beim einen oder anderen besser, wie zum Beispiel bei Apple TV Plus und bei anderen wie bei Netflix nicht so gut, weil da bei mir jedes dritte Mal, ja nicht nur gefühlt, sondern wirklich jedes dritte Mal, dann der Player ganz beendet. Dann muss man abschiessen, wieder neu öffnen und das ist einfach mühsam. Hoffen wir, dass das bei YouTube besser geklappt hat. Die Testphase hat aufgehört, funktionieren tut das sowieso nur bei denjenigen, die Google Premium Kunden sind und diejenigen, die es bis jetzt nicht aktiviert haben, können es aktuell auch nicht weiter nutzen. Aber diejenigen, die es bis jetzt getestet haben und Premium Nutzer sind, die können es auch noch weiterhin nutzen. Ein kleines Update gab es heute dann zu der Geschichte, laut einem Lord, wie hieß er nochmals, Lord Shaki, Lord Rathore, Twitter User, soll für alle iOS 15 User das Ganze kommen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich nur für die Premium Nutzer bleiben wird oder ob das wirklich alle bekommen. Ich würde doch hoffen, alle, weil ich meine, YouTube hätte ja sowieso was davon, wenn mehr Leute YouTube nutzen würden. Ich würde auch mehr YouTube nutzen, wenn ich das Ganze als Hintergrund nutzen könnte. Ich mag das nicht ständig im Vordergrund haben, wenn ich zwischendurch mal eine SMS checken möchte, Mail nachschauen will und so weiter und so fort. Wir bleiben gleich bei Video, bei Streaming, bei Serien, bei Filmen, nämlich Apple TV Plus stürmt die Charts. Es ist fast schon ein bisschen Sommer-Thema, aber nee, doch nicht ganz so, weil anscheinend die Streaming-Geschichten, was Apple im Angebot hat, in der Top 10 der globalen Streaming-Charts immer wieder auftaucht. Zum Beispiel auf dem dritten Platz ist Koda, gefolgt auf dem fünften Platz von Severance, das ist das, was ich aktuell nochmals schaue, und dann gefolgt vom neunten Platz Slow Heroes, also drei von den Plätzen unter den Top 10 gehören Apple. Und das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen, wenn man bedenkt, wenn man die Grösse des Portfolios der anderen Hersteller mit denen vom Apple gegenüber zieht. Ich habe schon immer gesagt, Apple TV Plus ist für mich ein sehr, sehr schöner Streaming-Dienst, weil es halt nicht viel, aber dafür qualitativ hochstehenden Content hat. Mir gefällt, was ich da sehe und freue mich auf mehr. Was mich einfach immer noch stört, ist dieses einmal in der Woche veröffentlichen. Da muss ich immer warten, bis die Serie dann irgendwie komplett online ist oder die Staffel und mir das dann anschauen kann. So zum Beispiel bei Slow Heartes aktuell, drei Episoden sind draussen, das vierte kommt am Freitag, das nervt mich. Ich mag da binge-watchen. Zu guter Letzt gibt es neue Beschwerde von Spotify. Was genau, hat man nicht mitbekommen, aber das geht an die EU, die ja sowieso dran sind, das Apple-Bezahlungssystem aufzulockern, aufzubrechen. Oder zumindest sie möchten es. Spotify und andere geben da genügend Stoff rein. Wie wir in der Geek Talk News Episode vom letzten Woche berichtet haben, sind wir keine grossen Fans davon. Und wir hoffen auch nicht, dass die EU da durchkommt, weil das ist schon was, was einfach dann mühsam wird, wenn man da überall seine Karten hinterlegen muss, seine Daten und nie richtig weiss, wo dann. Aber lassen wir das Thema. Hört die Geek Talk News Episode, ich werde die noch in den Shownotes verlinken, dass ihr da nachlesen könnt, wenn ihr dann möchtet. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, morgen gibt es ein bisschen was mehr. Ich gehe jetzt weiter mein Büro umbauen, rümpeln, nee, rümpeln ist ein böses Wort. Einfach umbauen, wen es interessiert, in der Insta-Story habe ich das eine oder andere zumindest begonnen online zu stellen. Das Resultat werde ich dann auch online stellen. Aktuell ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf da. Und es ging nicht ganz auf meinen Plan. Aber lassen wir das euch noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.